Was geht ab Freunde? Nick hier. Zu jedem erfolgreichen Token gehört auf jeden Fall Liquidity Mining dazu und das Game The Crypto U bzw. Baby Swap hat jetzt Staking eingeführt. Das Ganze verkaufen sie unter einem V-Baby Membership, aber was es ganz auf sich hat, gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, schauen wir uns das Ganze einmal direkt in der Praxis an. Wir sprechen jetzt hier von V-Baby und ein V-Baby sind 100 Baby Token. Das heißt, sprich aktuell 110 Dollar circa beim aktuellen Kurs von 1,10 Dollar. Und wie sie es hier beschreiben, ist es sozusagen eine Art Membership, was sozusagen gewisse Rewards einbringt. Und die schauen wir uns jetzt hier einmal an. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass Rewards in einen großen Pool geworfen werden, welche an die jeweiligen Holder von V-Baby ausgezahlt werden. Als gutes Beispiel dienen zum Beispiel die NFT Market Trading Fees. 2% dieser werden in diesen großen Topf geworfen und am Ende an die Holder von V-Baby als Reward ausgeschüttet. Im Großen und Ganzen ein klassisches Staking System. Die große Frage beim Staking ist natürlich jetzt, hm, wie viel kriege ich für 100 Baby bzw. 1 V-Baby an Zinsen? Und das ist dieser Current API Wert und tatsächlich liegt er gerade bei 1400%. Aber jetzt hier ganz klar wieder vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Das heißt, der Pool ist insgesamt noch mit sehr wenig Membern besetzt, das heißt gerade mal 1619, weshalb dieser Wert noch sehr, sehr stark wahrscheinlich runtergehen wird. Falls du aktuell nichts mit der Abkürzung APY anfangen kannst, das bedeutet Annual Percentage Yield, was sozusagen auf Deutsch der jährliche Zinsbetrag ist, den du bekommst. So, ich werde auf jeden Fall auch V-Baby staken, denn das Ganze ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes passives Einkommen. Aktuell habe ich eine Balance von 10 Baby-Token, was also ungefähr 0,1 V-Baby entspricht. Das Ganze können wir jetzt confirm, das heißt, ihr könnt wirklich jeden x-beliebigen Betrag einfügen. Ihr müsst nicht mindestens 100 Babys, ihr könnt auch 10, 20, 33, welche Zahl auch hier auch einfällt. Ich werde den All aber glatt ziehen und tatsächlich jetzt genau 100 Baby staken. Dafür werde ich aber zunächst erstmal ein wenig Milk verkaufen und ja, ich weiß, der Preis ist aktuell echt miserabel. Das Ganze hängt natürlich damit zusammen, dass PVI aktuell verschoben wurde und viele ziemlich verärgert sind, was ich tatsächlich auch verstehen kann. 22.000 Milks sind also aktuell 48 Dollar. Das Ganze swappen wir jetzt einmal. Gut, 100 Baby-Token wollen wir haben, 10 haben wir bereits, das heißt, wir brauchen hier 90. Das sind genau 100 Dollar, das swappen wir jetzt hier auch nochmal. Gut, perfekt, dann gehen wir zurück auf Mint, Balance von 100, wir drücken auf Max, das heißt 100 Tokens in Staking. Das Ganze wird dann sozusagen ein VBB und das Ganze konfirmen wird. Bevor wir das Ganze aber konfirmen, könnt ihr mir hier wirklich einen großen Gefallen tun und einmal meine Wallet-Adresse einfügen. Das wird auf jeden Fall der erste Link in der Beschreibung werden, wodurch ich einen kleinen Bonus hier erhalte und ihr meine Arbeit auf YouTube ermöglicht. In diesem Fall ist es natürlich meine eigene Adresse, aber wenn ihr meine Wallet einfügt, dann sollte es natürlich gehen. Meine eigene Adresse kann ich natürlich nicht verwenden, deswegen konfirme ich das Ganze so. Kurz ein wenig Gas-Fees und wir sollten ein VBB erhalten. Perfekt, das Ganze hat gut geklappt, wir haben jetzt genau ein VBB gestaked, aktuell natürlich noch keine Rewards, da müssen wir jetzt ein wenig warten. Bei einer aktuellen API von 1000%, das ist natürlich super, super lecker. Ich würde mal so spontan tippen, dass sich dieser Wert so um die 100% einpendelt in näherer Zukunft. Das Ganze muss natürlich nicht der Realität entsprechen und generell gilt natürlich für dieses Thema Staking, do your own research, no financial advice. Aber ich denke jetzt gerade mal so in den ersten Tagen mit einer recht hohen API noch, lassen sich hier gute Profite realisieren. Alright, das war es tatsächlich auch schon zum Thema Staking-Membership. Alle wichtigen Links werde ich euch dazu einmal in die Videobeschreibung packen. Und ja, natürlich hätte ich euch heute verdammt gerne etwas über den PVE-Content erzählt. Leider ist dieser ja aktuell noch unter Wartungsarbeiten, da beim Launch wo anscheinend einiges schief gelaufen ist. Was natürlich jetzt diesen Token beeinflusst, da sich sehr viele Sorgen machen und deswegen ein wenig Panic sellen. Was ich natürlich irgendwo auch gut verstehen kann. Ich werde euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und sobald ich irgendwas Neues weiß, kommt direkt das Video dazu. Bin sehr gespannt, ich habe alle meine Babys vorgereiht, ich habe jetzt mehrere Babys Level 3, also ich bin sehr gehypt. Und grundsätzlich möchte ich auf jeden Fall demnächst nochmal ein Update-Video machen, wie viel ich gerade aktuell mit The Crypto U schon verdient habe. Also falls ihr da Bock drauf habt und tatsächlich noch nicht abonniert bist, dann gerne hier an dieser Stelle abonnieren. Und dann würde ich sagen, drücken wir jetzt auf jeden Fall alle die Daumen, dass demnächst PVE-Content kommt und der ganze Token wieder ein wenig steigt. Also, falls dir das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben und schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, ob du aktuell jetzt auch am V-Baby-Token-Staken bist. Ansonsten bin ich an dieser Stelle raus, viel Spaß beim Staken und bis zum nächsten Mal. Hau rein!